Einen wunderschönen guten Morgen, MuffinTV live, jetzt gucken wir mal, jetzt geht es nämlich los mit der tollen Überraschung. Ihr will jetzt gar nicht sehen, das ist es und zwar, da kommt man in den Muffinladen rein, da liegt schon alles rum. Jetzt haben wir wirklich das ganze Zeug, wir haben es echt geschafft, dieses monströse Teil da rein zu tun. Gucken wir mal, wie es eigentlich jetzt noch gerade aussieht, okay, da sind unsere Piercings, die sind an der Wand dran, oje, oje, das kann man gar nicht beschreiben, guckt es euch an, so liegt es rum, oje, oje, darfst du gar keinem zeigen, wer will da noch laufen, ja, das sind die T-Shirts, okay, der Lader ist ja eigentlich schon übervoll, wo soll man das ganze Zeug noch tun? Ich zeige euch einen kleinen Rundumblick, okay, aha, ein Schild, unser nächster Piercingtermin, guckt es nach, wunderbar, mit unserem Haukaya, das steht jetzt dann auf der Theke rum, der Martin, was der immer macht, also guckt es her, So sieht das Ding aus, das ist eine Wahnsinns-Vitrine, eine Bäckerei-Theke, haben wir in Mitteldeutschland abgeholt, also ein riesen Ding mit irrenvielen Schaufenstern, also da sieht man es gar nicht so gescheit, da sind die ganzen Scheiben, okay, also Leute, wunderbar, frei mit tierisch, hat geklappt, Wir sind gut, heil und sicher nach Hause gekommen, früh morgens ist es jetzt, gell, lasst uns gucken, ja, nein, ne, haben wir, eigentlich geht es um 10 nicht los, aber jetzt gucke ich, dass ich das riesen Chaos erstmal beseitigen tue, und ein bisschen rumkehren, dass alles gut aussieht, wenn ihr jetzt nachher kommen tut und das anschaut, ich freue mich schon tierisch, ich gebe euch jetzt die ganze Zeit Bescheid, wie es weitergeht, wie es ausschaut, ihr kennt euch freier, das Ding sieht dann noch klasse aus, ich habe es ja schon gesehen, wie es zusammengebaut war, hoffe ich kriegt es der Martin wieder nachher mitgehilfen und so, viel Vergnügen auf die weitere Posts mit Muffin-TV live.